Hallo und herzlich willkommen zu KartoschkaTV. Ich bin's, der Marcel. Ich bin der Nikolai und heute haben wir ein neues Video für euch in YouTube geplant. Immer. Das ist die What the fuck is das Challenge. Ich erkläre es euch ganz schnell. Der eine hat für den anderen irgendwelche Sachen, die man in die Hand nehmen soll und erraten. Was ist das oder für was gehört das, wenn man hat so eine Augenbinde, Kopf, Du halt wie ein Schal, aber es ist ja das gleiche. Da sieht man nichts. Der andere weiß nicht was ich habe, ich weiß nicht was der Nikolai hat. Und dann fangen wir auch gleich mal an. Wir machen den Schenklangschung. Schenklangschung. Wir essen. Okay. Schenklangschung. Okay. Ich fange dann an. Dann fange ich schon mal mit der ersten Sache an, wo ich gerade das suche. Ich habe gerade, wo ich finde, okay. Es ist so eine Kleinigkeit. Okay. Soll ich sie in die Hand geben? Ja. Oh. Ja, das weiß ich nicht. Äh. Das ist so ein... Scheiss. Ein Billard. Ähm. Ja. 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 Das ist schon richtig. Das ist die Greifengrö. Einfach. Ja. Das ist richtig. Okay. Ein Punkt für Nikolai. Okay. Das ist richtig. So, dass sie unten auch nicht sehen. Ich bin gespannt, was es ist. Naja, wenn du das nicht erzählst, ne? Dann bist du echt kein Mann. Oh, schön. Gib's ihn mal in die Hand. Ja, ich geb's dir in die Hand. Ja, ich geb's dir in die Hand. Du bist in die Hand. Ja. Okay, hier. Ach, das ist so ein... Ja. Schlimm wie da so... Dieser Jobzie halt. Das war ein bisschen... Das war ein bisschen... Ja, als ob ich den jetzt kenne, Alter. Ja, das ist so easy, Alter. Ich kenn den so... Irgendwas... Ja. Ja. Wie war's? Dieser Überschüsselkram. Ja, genau. Hello. Alles klar. Ein Punkt für die Marcel. Ein Punkt für die Marcel. Ein Punkt für die Marcel. Na, und... Wenn euch schon mal aufgefallen ist... Hab ich... Ja. Hab mal einen geilen Cooli. Keiner. Punkt TV. Ja. Man kann den noch nicht kaufen. Nein, den noch nicht. Ja, alles klar. Jo. Warte. Das ist es. Diese Sache. Du kannst es mal kurz anfühlen. Okay. Und jetzt... Oh nein. Kannst du mal fühlen und schnuppern, was es ist? Schon etwas blitziger. Zahnpasta. Ja. Nicht richtig. Das ist ja easy, Mann. Ja. Ja. Ich konnte dir auch etwas Geruchloses geben, aber das hätte ja alles sein können. Ja, okay. Ja. Alles klar. Kommen wir zu Marcel. Ja. So. Siehst du auch nichts? Hä? Ich sehe nichts. Echt nicht? Echt nicht. Echt nicht. Alles klar. Ähm. Sag dir aber, wenn es in meiner Hand ist okay. Okay. wo bin ich in der Hand? Wo bin ich hier? Wo bin ich? Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Das hätte ich jetzt noch niemals. Ich kenne das. Scheiße. Ich kenne das. Das ist... 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 Ich kenne das. Irgendein Aufladegerät. Ja. Von welcher Marke? Ja. Was sag ich das? Das ist von welcher Marke? Das ist keiner. Das ist... Das ist... Von deinem Tablet? Ja. Von... Von welche Marke ist das? Das ist von deinem Tablet, Alter. Das ist das Aufladegerät von deinem Tablet. Ja schon, aber... Welche Marke hat mein Tablet? Apple. Okay. Alles klar. Okay. Ja. Jetzt gucken wir mal was Schwieriges. Ihr seht's Leute. Ihr seht's. Nikolai. Nehm es in die Hand. Fühle es. Das ist ein Controller von der PS3. Ja. Was ist denn ein Controller? Und von welcher Marke? Ja. Von Playstation. Ja, aber die Controller haben eine eigene Marke. Von Playstation, ja. Ja, Playstation hat eine Marke. Sony, Sony, Sony. Aber was für ein Controller? Ja, Junge... Swarm schwenken und so eine Scheiße. Wie heißt das? Junge... Äh... Ein Klee lassen. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist die Move. Alter. Ja, Move hätte ich niemals erraten. Siehst du? Das ist die Winnie so nett. Ja, komm mal jetzt mal hin. Ja, komm mal jetzt mal hin. Alles klar. Was ich bloß richtig mache? Dass ich nix sehe. Is next? Nicht sehe. Warte. Jetzt sehe ich nicht. Nein. Das weiß ich von Anfang an. Nur als es jetzt war die... Warte. Warte mal. Marco. Okay. Scheiße. Ich hab gestern endlich gegessen. Du wisst was das ist. Ja, genau. Ja, genau. Wir wisst es. Kannst auch dran riechen, wenn du willst. Kannst auch dran riechen. Nee, Mann. Ich riech da noch nicht, Alter. Das ist ein Socker, Alter. Es hat aber einen speziellen Gegriff, diese Socke. Oh ja, das ist ne Socke für Fußball. Das muss Geld. Ja, komm, Alter. Scheiße. Alter, steck weg vom Scheiß. Alles klar. Gerade. Und wenn sie die alle kriegen. Und meine letzte Sache. Ich hab noch eine Sache hab ich. Ja. Ich hab noch eine Sache gerade. Muss noch. Okay. Ja. Ja. Das hat jetzt so geschlossen. Ja. Das hat jetzt so geschlossen. Ja. Ja. Ich muss noch ein bisschen überlegen. Das ist schwer. He. Ich treffe keinen Anhang. Dirty, was das ist. Da ist ein Scheiß verfackte Folie drauf. Ja, nein. Nicht verziehen. Oh. Irgendeine Sache hat bei dir nur mal eine Folie drauf gehabt. Ja. Welche denn? Das alles du mal in deinen Schrank drinnen. Ich muss gerade nur richtig fühlen. Also dieses Zeilokal. Ich kann nicht nur mal gucken. Das gefällt mir nicht zum ersten Mal. Ist das eine PS? Irgendeine? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hey, das ist 100 Pro die PS2. Okay, scheiße. Okay, ja. Alter, das war so schwer. Ich hab nämlich versucht so ein Anhand zu finden, wo dieses Kackzeichen ist. Und ich hab versucht jetzt irgendwie an der Folie so irgendwie auf ihn wegzumachen. Aber nee, das fühlt man nicht. Das ist so blöd. Jetzt hab ich gedacht hier. Irgendwie so. Dann hab ich da mal gerüttelt. 100 Pro... Weil da ist immer... Ey, diese Klippe hab ich nicht noch mal gefühlt. Ja, okay. Kommen wir zum letzten. Das ist so schwer gewesen. Bis jetzt haben wir alle Punkte. Okay, die Sache ist jetzt voll leicht. Weil ich hab auf die Schnellen nur was hergeräumt. Weil jetzt... jetzt müsste ich was... nicht erraten können. Ja, haha, haha, haha. Kann ich das versuchen. Das ist... So. 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 Äh... Das ist ein... So. Äh... Äh... Jensen. Äh... Das ist halt ein Reißding. Äh... So. Alter. Der... Kabelbinder? Kabelbinder? Nein. Das ist kein Kabelbinder. Ja, das... Für die Haare? Nein, aber auch nicht für die Haare. Äh... Das sind was für das Bein. Ich sag nichts. Scheiße. Du hast mir auch keinen anderen als zu der PS gegeben. Ja, hey. Ja, hey. Das war ja auch total leicht. Äh... Es kann ja für... Äh... Ja, ich hätte auch sagen können. Das ist einfach nur eine Schachtel. Äh... Ja, nee. Das hättest du nicht sagen können. Doch. Du weißt genau das... Äh... Okay. Hey, Junge. Das ist doch irgendwas für Fußball. Bestimmt. Irgendwas für das Bein oder für... Fußball. Dann... Dann... Dann der Rasen. Keine Ahnung, Alter. Scheiße. Irgendwas fürs Bein oder... Für Fußball. So zum Rambinden oder so. Für was? Oh, oh, oh. Für die Scheiben da. Für die Scheiben vielleicht Rambinden. Diese... Diese... Kann man auch machen. Kann man auch machen? Kann man auch machen, ja. Ja. Also. Habe ich so, oder? Ja. 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 Jetzt gibt es dann noch eine andere Funktion. Dann hättest du es auch richtig gemacht. Das geht auch. Ja. Okay. Kannst du ruhig. Das geht auch dafür da. Alles klar. Für die. Ach so. Dass du nicht rumrunschen. Okay. Ja. Aber ist gut geraten. Alles klar. Ja. Dann haben wir es doch. Haben wir es auch noch. Wenn euch sowas gefallen hat, lasst doch ein Like da. Ja. Kommentare bitte. Aber noch gute. Ja. Und... Wir wollten noch sagen, ne. Wir machen jetzt so eine Zeit aus, wenn wir immer so ein Video rausbringen. Ja. Weil das jetzt ist ja echt lang her. Das tut uns aufrichtig leid. Ja. Weil das ist auch immer schwer jetzt halt die Zeit zu finden, wann Videos machen. Genau. Und... Ja. Es ist halt auch immer schwierig für den Anfang. Mit YouTube anfangen und was für Videos wir machen, was jetzt zur Zeit in ist und so. Also... Jetzt hat sie Zeit mit Kamera halt so ein Problem. Immer welche Kamera nehmen wir. Und... Ja. Es sind halt immer diese Kleinigkeiten, was es überhaupt ist, wenn Videos zu drehen. Ja. Und... Nochmal. Wenn euch das Video gefallen hat, leist ein Like da. Da oben. Abonnieren. Also abonnieren nicht vergessen, ne. Damit ihr kein Video mehr verpassen könnt. Und dann... Ja. Bis bald. Bis bald. Ciao.